Das Sommerfest der CA IMO ist ein traditioneller Branchentreff nach der Sommerpause. Mit dabei erlesene österreichische Weine im Rahmen einer Weinverkostung. Vor fünf Jahren haben wir damals nicht rechtzeitig eine Housewarming Party veranstaltet und haben die dann Ende des Sommers gestaltet. Und seit Ende 2008 ist es nunmehr ein fixer Bestandteil unseres Terminkalenders, aber auch viel anderer auch. Diesen Termin schätzt die Branche genauso wie den Gastgeber selbst. Einer der führenden Unternehmen in der Immobilienwirtschaft, aber nicht nur in Österreich, sondern im Ausland auch. Das sind Vorzeugeunternehmen. Die CA IMO ist einer der wichtigsten Player, ein sehr großer und auch internationaler Immobilienentwicklerfonds. Wir müssen stolz sein, dass wir in Österreich solche Unternehmen haben. Das spricht schon einmal für ein Unternehmen, das ja mit dem besten Bezirk Wienz aussucht für ihren Hauptsitz. Das ist einmal gar keine Frage. CA IMO ist sicher einer der wichtigsten Player, die wir in Österreich haben am Immobilienmarkt. Ich selbst habe mit ihnen keine Projekte realisiert, aber wir kennen uns natürlich als teilweise Partner und als Konkurrenten, teilweise als Mitbewerber am Markt seit vielen Jahren. Und ich schätze sie sehr. Denn Konkurrenz kann auch etwas Gutes sein. Es belebt ja auch für alle das Geschäft, wenn es gute Mitbewerber gibt, weil ganz einfach das Niveau des gesamten Geschäftes dann gehoben wird. Konkurrenz bieten sich auch die Weine an diesem Abend. Und zwar bei der Weinverkostung. Ich denke, dass ein guter Wein dann ist, wenn er zur Situation passt. Also ich habe keinen Lieblingswein. Ich bin natürlich situationsangepasst und ich bin sowohl ein großer Freund des Kampftalweins, der letztendlich aus meiner Heimat stammt, aber auch aller anderen Weinsorten. So gesehen kein Vertreter, Militanter, Befürworter in eine Richtung. Ich würde mich als Weinliebhaber einstufen, der ab und an gerne einen guten Tropfen trinkt. Ich sage, der Wein muss schmecken. Das Etikett ist völlig egal. Und im Endeffekt muss handwerklich gut gemacht sein. Er muss entsprechend zu den Speisenpassen gewisse Tiefe haben, einen gewissen Körper haben. Ich bin ein Weinliebhaber, nicht zwingend ein Kenner. Kann aber unterscheiden, ob man schmeckt oder nicht. Und das ist das Wichtigste. Sommeliers sind sie noch keine, die Immobilienexperten. Aber die CA IMO arbeitet offensichtlich daran, die Expertise von der Immobilien auf die Weinwelt auszuweiten. Immerhin gilt für beide, eine gute Lage ist Gold wert.